Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Drehenbacher, Pörsendrehen aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. An den Spender, an den lieben Fan, der an mich gedacht hat und mir diesen netten Mr. T. geschenkt hat, ganz herzlichen Dank, der ist jetzt immer als masswollig mit dabei und steht zur rechten Seite bei mir. Heute zum Thema, Anfänger, der abnehmen möchte und was soll der trainieren, wie soll der trainieren? Ganz einfach, der abnehme, abnahme, billige Anfänger, Einsteiger ins Kraft gehen, soll natürlich ganz klar einmal sein Essverhalten genau überdenken, Ernährungsplan bzw. Ernährungsprotokoll führen, mal gucken, selbst gucken, was er da so treibt. Wer da natürlich einige Optimierungsschritte vorgenommen hat, die ich in einem anderen Videoclip schon erklärt habe, der kann dann ins Krafttraining einsteigen. Da ist es ganz gut als Einsteiger, wenn man natürlich eine Kombination macht aus Cardiotraining, aus Herz-Kreislauf-Training, das kann auf dem Ergometer sein, das kann auf dem Laufband sein, das kann auf dem Cross-Trainer sein, auf dem Ellipsen-Trainer. Da ist eigentlich dem Ganzen keine Grenzen gesetzt, kann nicht, dass ich das raussuchen, was er möchte. Ganz gut ist, wenn man einfach auch die Cardio-Geräte durchwechselt und da eine gute Kombination eben zum Einsteigen, dreimal die Woche, 45 bis 60 Minuten, ein Training, was klar aus einem Warm-Up besteht, ein Aufwärmen, danach einem Kraft-Ausdauer-orientierten Training, das heißt, dass man auch mit nicht allzu hohen Gewichten Wiederholungen ausführt zwischen 10, 12 bis zu 15 Wiederholungen, gerade für den Einsteiger ganz gut, weil der Einsteiger dann eben nicht mit zu hohen Gewichtsbelastungen arbeiten kann, was seine Vorteile hat. Dadurch kann er natürlich auch sich ein bisschen besser auf die Trainingstechnik konzentrieren. Der Einsteiger kann, sollte vielleicht am Anfang, wenn er mit Sport nicht so konform ist, das heißt, dass die Bewegungssensorik noch nicht so ausgebildet ist, klar einmal an den Maschinen sich orientieren, an den maschinengeführten Übungen, sich vom Trainer entsprechende maschinengeführten Übungen einweisen lassen, das heißt Warm-Up, danach dann eben ein Kraft-Zirkeltraining, dass er sich verschiedene Stationen raussucht, wo er dann eben die verschiedenen Muskelpartien trainiert. Das kann gern ein Ganzkörpertraining sein. Kraft-Ausdauer-Training heißt eben etwas höhere Wiederholungszahl und dann ohne große Satzpausen von einer zur anderen Station geht, das eine Wiederholung konzentriert ausführt. Das Ganze natürlich mit einer schönen langsamen Bewegungsgeschwindigkeit, um das Ganze gut zu kontrollieren. Wenn er dann zum Beispiel zehn Minuten am Kraft-Ausdauer-Training war, zum Beispiel drei, vier Übungen gemacht hat, A2-Durchgänge, dann kann er wieder in den Kardio-Bereich gehen, wieder zehn Minuten Kardio absolvieren. Das kann natürlich für den kompletten Pur-Einsteiger, für den Sportneuling natürlich ein Training sein, wo er in einer gleichbleibenden Herzsequenz sich aufhält, das heißt, sich befindet. Das bedeutet, dass er eben auf dem Ergometer sitzt und mit einer gewissen Drehzahl von 70, 80, 85 Umdrehung, je nach Alter, eine Herzsequenz von maximal zwischen 120 und 140 abliefert. Das ist natürlich immer etwas altersabhängig, das heißt, umso jünger ich bin, umso höher darf sie natürlich auch sein, die Herzsequenz. Man geht davon aus, von 220 minus Lebensalter und davon zwischen 65 und 75 Prozent abliefert. Das ist ganz gut für den Einsteiger. Nochmal, das heißt, Warm-Up, fünf bis zehn Minuten, globales Aufwärmen auf dem Ergobeler-Cross-Trenner, was auch immer. Danach dann eben ein paar Kurs mit Kraft-Zirkeltraining, zwischen 10 und 15 Wiederholungen, schön langsam ausgeführt, drei bis vier Übener-Stationen, danach nochmal aufs Kardogerät für den puren Einsteiger, eben die gleichbleibenden Herzsequenz, wie besprochen, danach nochmal ein zehnminütiges Kraft-Zirkeltraining, auch wieder verschiedene Stationen und danach nochmal abschließend 10 bis 15 Minuten ein gleichbleibendes Herz-Kreislauf-Training mit gleichbleibender Herzsequenz. Es sollte so gemacht sein, dass man den Trainingstag, Krafttrainingstechnisch eben auf jeden Fall mal die Hauptmuskelgruppen trainiert, die Beine, den Rücken, die Brust, die Bauchmuskulatur, die Rückenstreckmuskulatur, die Bizeps, die Trizeps, die Schultermuskulatur. Das wäre mal wichtig. Und wenn man dann acht, zehn bis zwölf Wochen sich in diesem Modus befunden hat, sollte man dann auch umsteigen, wenn es möglich ist, wenn ein Trainer da ist, der eine Ahnung hat, da solltet ihr einmal einweisen ins Freihandeltraining. Entscheidend, wann man im Freihandeltraining anfängt, ist natürlich, wie gut die Bewegungsmotorik, sensorisch ausgebildet ist, wie gut ihr das Ganze absichern könnt, die Freihandelbewegungen und dann könnt ihr einsteigen Stück für Stück, Step by Step im Freihandelbereich. Im Freihandelbereich ist es unbedingt notwendig, dass ein Trainer mit dabei ist, der euch diese Übungen zeigt oder es gibt da ein Internet, der heißt Mr. T. und der hat ein nettes Videoglips zum Thema Trainingstechnik und die Übung richtig ausführt. Das wäre so mal für den Einsteiger ein Trainingsprogramm, mit dem er mal beginnen kann. Ganz klar nochmal zum Abschluss, ihr dürft nicht vergessen, und das ist der häufigste Fehler, der gemacht wird. Es wird dann eben trainiert, dreimal die Woche, viermal die Woche, aber auf die Ernährung keine Rücksicht gelegt. Die Ernährung ist der wichtigere Faktor. Ihr solltet schon auf beiden Baustellen arbeiten. Das größere Hauptaugenmerk auf Dauer solltet ihr im Bereich des Essverhaltens haben. Warum? Weil ihr sieben Tage die Woche, wenn es gut geht und wenn es optimal wäre, drei Mahlzeiten pro Tag habt mindestens. Und dann habt ihr 21 Mal die Möglichkeit, hier euch optimal mit den gesunden und allen relevanten Nährstoffen versorgen. Manchmal ist es halt so, dass man ein, zwei Wochen nicht trainieren kann. Wenn man dann trotzdem sein Essverhalt einhält, geht nichts schief. Hat man zwei, drei Wochen kein Training und man lässt das Essverhalten komplett außen vor, dann sieht man nach zwei bis drei Wochen schon wieder ganz anders aus, weil einfach viel zu viele Energielieferanten vorhanden waren, die nicht verarbeitet wurden. Und das macht sich definitiv auf der Waage und auch im Spiel bemerkbar. Deswegen immer die Kombi, Training und Ernährung. Für den Einsteiger reichen natürlich ganz klar ein dreimaliges Training der Woche von 45 bis 60 Minuten. ist in den ersten acht bis zehn bis zwölf Wochen völlig ausreichend, das reicht. Nicht übertreibend, Step by Step vorgehen. Ihr habt nichts zu verlieren und deswegen ist es ganz gut, wenn man nicht mit zu hoher Motivation reingeht und sich hier natürlich ausbrennt, ausbörnt und dann schon nach drei, vier, fünf, sechs Wochen nicht mehr kann. Deswegen teilt eure Kraft auf. Das war's. Andreas Trienbacher, Pörl Trainer aus Kanzler. Mr. T zum Thema, der Einsteiger, der Gewicht reduzieren möchte, wie sollte dieser trainieren?